Ja, hier ist auch ein schönes Plätzchen im Bürgerpark, muss man sagen, da im Hintergrund die Meierei, das ist doch schön. So, und da sieht man im Hintergrund den Laubengang. Ja, warum hier so viele Leute rumwuseln am Mittwochnachmittag, weiß ich auch nicht. Haben die alle nichts zu tun? Naja, ich habe auch nichts zu tun. Mitten im Park steht plötzlich so ein Bauzaun, der mich aufhält. Der mich wirklich aufhält, denn, guckt einmal, was hinter dem Zaun ist. Ja, gehen wir noch mal weiter. Da ist sie nämlich. Die berühmte Bank, auf der ich damals Miss B. kennenlernte. Die Bank, von der in der Neon gesprochen wurde. Auch dieses hier ist eine markante Städte, denn damals hatte Hypermental mich erwischt, als ich hier stand und die Webcam des Parkhotels ausgelöst hatte. Ich hatte es ja in BirdPass angedeutet, dass ich hier sein würde und hatte gefragt, wer mich dabei aufnimmt. Naja, und dann war es passiert. Etwa an dieser Stelle hier. Ich weiß nicht mehr, welcher Prima-Tater das war. Aber einmal war es, dass an dieser Stelle gefilmt wurde mit Janett Biedermann und da stand sie hier vor dem Parkhotel, an der Stelle, wo ich jetzt stehe. Tja, und von dieser Stelle werden die besten Fotos gemacht von dieser Brücke. Da habe ich ja auch schon einige Bilder hier schießen lassen.